Willkommen zu einem neuen Part Bluie, das Videospiel. Hier, ich habe Offscreen gesucht nach dem letzten Ding und das war einfach hier. Kann man ja schon mal übersehen. Falls ihr Bock habt auf ein Bugs und Glitches Video, schreibt es in die Kommentare. Reise zum Spielplatz, Reise zum Garten, Reise zum Haus der Hübe, die Schatzkarte. Wir dachten, er wäre auf dem Dach, aber dann ist er durchs Küchenfenster rein und anschließend durch das ganze Haus gekrocht. Und keiner von uns wusste was. Ma, können wir zum Bach gehen? Jetzt nicht, Kinder. Opa ist gerade zu Besuch. Es war also das erste Mal, dass wir so ein Ding fangen mussten. Irgendwas mit einem Ball, denke ich. Ja, magisches Xylophon. Du wolltest doch helfen. Du schaffst das schon. Auf her. Diese Folge von Bluie heißt der Schatz. Okay. Was ist mit ihm los? Das ist das magische Xylophon. Wenn man es schlägt und einfriert und ruft, darf sich keiner so wissen. Ah, für wie lange? Wenn du das Xylophon erneut schlägst und auf Tau rufst. Das ist so übel. Warum können die nicht eingefrorenen nicht die eingefrorenen Rennen? Das geht normalerweise nicht. Oh. Ja. Aber meine Kleine, aber wie fahren die Runde ohne das Xylophon auf? Vielleicht über den Schatz? Du. Können wir doch mal mit den neuen Regeln spielen? Klar. Machen wir den Vorschlag. Ihr könnt an mir irgendwann hier holen. Und das werden wir sogar beim nächsten Mal machen. Wir sehen uns. Das ist Teil 1. Ciao. Ciao.